Ja hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Rainbow Sixy mit dem lieben Sebastian in einem Ranked Game mal. Nach langer Zeit mal wieder, müssen wir dazu sagen, ne? Ja. Länger kein... weil wir haben immer gute Runden, wenn wir kein Ranked spielen. Und sobald wir Ranked spielen, haben wir irgendwie nur Vollidioten dabei. Keller. Hallo. Nicht hallo, Keller. Hallo, Keller. Aber auch hallo. Ja, war cool. Keller, hallo. Nicht hallo, Keller. Ach so, wir spielen auf der Map Charlet. Charlet, mit dir viele Wein. Ich weiß genau, wo wir am besten reingehen. Aber erst mal machen wir da die scheiß Kamera weg. Lass mal durch die Garage laufen. Ja, ja, wir haben ja alles dabei. Ich hab ja, wenn sie es gejammert haben. Nein, lass mal nicht durch die Tore gehen. Lass mal durch die Tür gehen. Hier ist... Du weißt doch, wir wurden mal übelst da weggeholt. Mist, ich wusste es. Ich wusste es, da ist nämlich einer. Mann, warum warten die Leute denn auch immer da? Ach, Manu. Das kann doch nicht wahr sein. Warten auf dich, ne? Das ist aber... Letztes hat der uns da auch weggeholt, ne? Ja, ich kann kotzen. Mann, ey. Lass mal, lass ich dich vorgehen. Es ist jetzt doof, dass ich tot bin an Starmite. Oh, stimmt. Ja, ja. Fucking? Ich glaub, ähm... Der Puls dürfte vielleicht auf der Treppe sein. Ich bin mir da nicht allzu sicher, weil ich... Eben ist der Puls, glaub ich, hier hochgelaufen. Rechts quasi hinter der Wand ist einer. Äh, Treppe, 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 Sven. Treppe. Äh, äh, Frost. Mit dem Maschinengewehr. Alter, da ist ein C4. Weil ich übelst sterben werde. Oh, nice. Nice, der hat den geinjert. Du hast uns hier vier am liegen. Geil ihm. Geil ihm. Ich bin jetzt hingegangen, ganz ehrlich. Oh, von hinten. Wie ist denn denn? Ach, da oben ist ja offen. Ah, das ist schlecht von mir, ey. Ah, witzig. Geil, Leute. Oh, mein Tümmel, ey. Roll? So, wie schnell ist die Frost denn? Was? Wie schnell ist die Frost bitte? Wie schnell die ist? Ja, aber richtig schnell. Ah! Ah, was? Warum kann der nicht blitzen? Blitz doch. Blitz doch. Blitz doch. Lol. Der holt sie noch. Oh, what the fuck. Wurde die gleich wirklich neu, wenn es so weiter geht. Und tschüss. Jetzt nicht mehr. LOL! Oh, Alter, das wäre nice gewesen. Wieso der nicht geblendet hat, der Doof? Wer ist denn jetzt direkt rausgegangen hier von unserem Team wieder mal? Ah, keine Ahnung. Jetzt ist mal wieder dasselbe. Man verliert und es hängt raus, weißt du. Richtig gewesen wieder. Use of fucking Flash. Oh, man. Die Leute sind sich direkt alle abfacken, ne? Ich verstehe das gar nicht. Ja, ich habe das aber auch nicht verstanden, warum der nicht sein Ding hat. Ja, aber muss man sich denn so derartig krass drüber abfacken? Use of fucking Flash. Krass, manche Leute, ähm. Und wir auch der Weintgelehr? Weintgelehr? Toll, dass wir nur noch zu viert sind, ey. Das ist so behindert. Ja, ich verstehe das auch nicht. Immer nach der Stelle. Ey, das ist, ganz ehrlich, bitte, wenn das einer von Ubisoft sieht, bitte, setzt die Strafen höher. Bärbt die Leute doch das erste Mal für, keine Ahnung, wenn es das erste Mal ausfällt, 15 Minuten. Beim zweiten Mal. Was? Wird schon zwei Stunden. 20, zwei Stunden direkt mal raus. Beim dritten Mal wird es ein Tag. Ganz ehrlich. Das wird immer weiter hochgesetzt, bis sie mal eine Woche oder zwei kein Rankin spielen können. Dann werden sie sich jetzt überlegen, ob sie rausgehen. Gott, bin ich schlecht jetzt. Bei mir leckt auch gar nicht tierisch alles, ne? Alter, what the fucking shit? Ich treffe die mal. Dafür gar nichts, ganz ehrlich. Bei mir ist... Ich weiß nicht, ob das auch so rauskommt hier, aber bei mir leckt gerade alles. Ich habe irgendwie auch gerade nur 40 FPS, komischerweise. Ne, meine FPS ist okay, aber irgendwie habe ich so, dass das hier guckelt. Und auf einmal ist raus von denen, ist wieder ausgeglichen. Da fragt sich doch mal, warum. Gut, dass wir die Einzelnen sind, die hier sind. Wir haben überbarrikadiert. Finde ich sehr gut. Hast du noch eine Dingens? Eine Wand? Ne, ne? Lege Willkommensmatte aus. Willkommensmatte bereit! Ich verstehe nicht, wieso man so aggressiv offensiv spielen muss. Da haben wir sowieso schon... Achso, die sind offen. Da sitzen einer weniger. Von oben, von oben. Falle? Deiner an deiner Falle, ja, ja. Lol. Ah, ist voll am Längen. Ey, sag ja, das ist irgendwie total... Meine FPS geht doch gerade wieder mal runter. Ach, ach, wir sind doch nur zu dritt. Ich verstehe das nicht. Ja. Der ist auch hier oben. Der ist runtergesprungen. Sidi, mach was! Hier hinter. Hallo? Krieg ich da nicht? Ich hoffe nicht, ich leiste Hilfe. Weg. War denn der aufgemacht? Ach da. Letzter verbleibende Gegner. Nein, ich bin tot. Ist nur noch einer von denen jetzt? Der Terramite, der steht da hinten, wo die Garagenausgang ist. War ja auch schon einmal. Ihr seid mal zu zweit. Wo ist der andere denn? Was? Ich werde die ganze Zeit gespottet. Spottet. Ja, der ist alleine. Der steht links neben dir. Echte Magazine! Bleib einfach da. Der andere steht da... Der steht über dir, der andere. Der Rogue. Ganz links an der Wand. Da! Nice, Sibi. Nice. Ich weiß nicht, wie so die verfickte Drohne die ganze Zeit war. Ich wurde die ganze Zeit gespottet, da wo ich stand. Stimmt irgendwo da oben auf dem Regal. Hundertprozentig. Ja und? Ah geil, 3 gegen 5. Hilft ihm halt auch nichts außer, dass er dir einen Punkt anzeigt. Treffen und schießen muss er auch noch können. Richtig. Ey cool, nur noch 3 gegen... Kann ich Lagerfeuer. Nur noch Klippen. Schild, ja. Okay. Ja, versuch uns mal. Leucherns Lagerfeuer. Lagerfeuer, Lies. Lippen. Ne, ich glaube, das nervt wirklich mit diesem... Wenn du im Ranked spielst, dass du dann die Leute so hast. Das nervt einfach nur noch. Ganz ehrlich. Das ist einfach echt noch nervig. Ach, was willst du halt machen, ne? Kannst du halt... Ich würde die Strafen halt hochsetzen, bin ich ganz ehrlich. Ja, me too. Ich würde halt, wie sie es jetzt haben, 15 Minuten. Dann würde ich direkt auf eine Stunde hochgehen. Einen Tag, eine Woche. Ich würde direkt, direkt für zwei Stunden sperren. Aus Ende. Direkt mal für zwei Stunden sperren. Du hast... Und dann... Und danach geht's noch höher. Danach geht's einfach noch höher. Die sind oben, glaub ich, oder? Ne, Küche. Ich fahr einfach um den Jummer. Nein. Ich geholt, der Wichser. Hör da rechts da in die Dingens rein. Einsatz in fünf Sekunden. Ich blattier mir die ganze Zeit einfach. Geisel entdeckt. Ähm. Die sind also da. Mensch, wie holen wir die da jetzt raus? Ja, mit drei Angreifern. Ach, guck mal da. Da guckt schon einer direkt raus. Ich wusste das nicht. Ich war ausgeglichen. Ja, lass mal zusammen gehen. Mal von vorne versuchen. Ja. Die große Hauptthalle. Okay, warte. Lass ich mal wieder ganz kurz mit der Drohne vorfahren. Lass mal versuchen, noch nur mal sich ein bisschen zu spielen. Moment, also. Ich sehe jetzt hier in dem großen Raum, sehe ich jetzt keinen. Kann ich aufmachen, ne? Ich muss gerade nochmal eben kurz in der Bar gucken. Also in dem großen Raum ist zumindest keiner. Bar ist auch keiner. Treppe ist halt ein Problem. Ich kann halt nicht nach oben gucken. Okay, hier ist der Vorraum und hier ist auch nichts in dem Vorraum. Im Vorraum ist auch nichts auf jeden Fall. Wir können bis da vorne hingehen. Denn wir hier vorne nicht Probleme kriegen. Der Kahn ist tot. Ich mach ihn mal hier auf. Bereit zum Durchbrechen. Ich darf noch eine Tür daneben direkt. Pass auf. Also hinter sich ist immer noch eine Türe. Können wir hier lang gehen? Äh, nee. Lass mal versuchen, vielleicht hier lang zu laufen. Gucken wir mal. Ich guck mal wieder mit Drohne. Ich guck mal gerade mit der Drohne dahinter, hinter die Türe. Beide nur noch allein. Woher kommen wir denn jetzt? Achso, hier bin ich. Ich hab die Drohne hier abgestellt. Ich guck mal gerade. Da hinten sind sie. Ich glaub, die rechnen grad nicht, dass wir von hier kommen. Lass uns mal gerade ganz kurz da aufmachen. Da sind auch nur noch drei, ja? Ja, ja. Glocken aber auch alle da, ja? Ja, klasse. Super. Rechnen nicht damit. Ja, was konnte ich denn? Der hat die ganze Zeit nicht in die Richtung geschaut. Jetzt gerade eben, wo ich das Ding da hingesetzt hab, dann kam der natürlich, weißt du? Oh, Mann, ey. Dass der das Ding aber auch nicht direkt loslässt, krieg ich echt zu viel. Ach, Mann, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Einen Pech muss man eigentlich haben. Immer diese Wichser, die rausgehen, weißt du? Und dann so eine Scheiße direkt, kriegst du echt zu viel. Und tschüss. Hat der nur auf mich gewartet. Mann, 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 Mann. Er ist echt zum Kotzen, ey. Echt zum Kotzen, ey. Ganz ehrlich. Ja gut, er hat mich... Ich hab zumindest einen getötet. Ich verfluche das manchmal so. Aber das passiert nur beim Ranked. Ach, guck mal. Ist ja fair. Die kriegen jetzt eine volle Mannschaft und wir bleiben einfach so, oder was? Ja, der ist wieder nachgejoint, der Doof. Unsere zwei Lappen sind dann rausgegangen, weil sie keinen Bock mehr hatten, war? Ne, weißt du was? Spitz, auch Puls. Damit hab ich gerade eben eine ganz passable Runde geholt. Na, blöd. Mann, ey, ganz ehrlich. Ja, I feel in love with Ubisoft. Ja, dankeschön, ja. Denk ich mal einer, der ihr das auch wiedergibt, was ich auch denke. Die Geisel muss gesichert werden. Mann, 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 ey. Einfach nur ärgerlich. Mann, ich fahrs. Was war ich denn eigentlich? Ich will mal was. Auf jeden Fall, für das große Teil, da braucht man auf jeden Fall eine ganz, ganz kleine Runde. Ist immer gut. Tür ist sicher. Es bleiben 10 Sekunden. Fünf Sekunden noch. Türsonder aktiviert! Achtung, die Gegner haben Sichtkontakt-Bereise. Wechsle das Magazin! Türsonder bereit. Ich will lieber hier zumachen. Ich will hier aufmachen. Ich setze den Herzschlagsensor ein. Wie das denn jetzt? Hat jemand von uns Schaden gekriegt? Oh. Vielleicht hockt einer von uns Schaden bei so ein Mock. Vielleicht haben wir ja auch Glück. Vielleicht haben wir ja auch Glück. Und da. Ich bin von hier. Wo? Von da. Ich suche nach Feind. was so bleibt wie es wusste man das kann doch nicht wahr sein es kann doch nicht wahr sein wie jetzt wusste ich da was willst du noch fünf gegen vier machen das ist so banale dieses spiel das darf überhaupt gar nicht gewertet werden ganz ehrlich die wenn die wenn die wenn die wenn die wenn die wenn die schlau sind dann raschen die einfach rein ist und denen scheißegal ich fand es wieder nur geil wie ich gestorben bin weiß werft da jemand eine granate bin ich direkt tot weiß so behindert einfach nur okay das ist es ist so doof so doof gemacht dieses renke system ganz ehrlich ich finde weiß ich nicht finde keine worte dafür da bin ich renkt reingegangen was haben sie gemacht mit mir haben mich in den ranking rent game reingeschmissen das schon lief wo ich dann ersatz war und dann die letzte runde verloren habe und dann abgerankt wurde das ist das alles schärfste was ich mir dachte da habe ich mich echt verarscht gefühlt ohne witz so ein quatsch ja ich spiele auch so gut wie kein rank deswegen ich weiß auch nicht irgendwie kein kein antrieb führen direkt totgeschossen da ist klar der schafft natürlich durch das war klar einsatz in zehn sekunden wenigstens die geisel wissen wo die geisel ist da war sie doch die geisel wurde lokalisiert geisel in sicht dann werden wir bestimmt toll schaffen auch passend schießen wir gerne aus dem das kommt davon wenn einer fuhren so machen wenn ihm die Leute abknallen will erstmal wir können vorrücken bist du eigentlich unten noch ne ich bin schon oben ich bin jetzt schon mal ein doch ich komm mal mit dir trust auf jeden fall aufpassen da liegt eine falle ich flipp aus ne da liegt eine falle das gibt es doch nicht ey die kommt jetzt hoch mann ich ficke dieses spiel ey das ist so behindert ey das kann doch echt nicht wahr sein da hat die da eine falle hingelegt ich wollte nur die kamera schießen komm warte noch die kommt bestimmt jetzt um abzusahnen ja ich denke oh die kommt wirklich nicht guck dir ihn an ey guck dir ihn an ey eigener Druck getötet da geht einfach hin ja ey ms trennen rüse ey ping ja shitty ping aber shitty game ey ja gg lächerlich lächerlich das spiel da ist da verlierst du da weil die weil die fotzen alle rausgehen so ey nicht echt zu viel ey das kann echt nicht wahr sein ach gut aber was will man sagen dazu kann man nicht viel zu sagen ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen tag und bis zum nächsten mal machts gut au bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal